Cartman, alter Saftsack. Ah, you have returned! Come, Sir Douchebag, it's time to summon our forces. Simply call them here and your dedication to Cooper Keep will be complete. Steige auf den Turm. Wir steigen auf den Turm. Und wir werden die Welt... die Stadtherrschaft... Erlangen. Die Stadtherrschaft über Erlangen werden wir erlangen. Und so schicken wir unseren Briefraben... zu den Residenzen unserer Freunde. Kommandant Saftsack. Erik! Erik! We know where the elves are hiding their stick. What? Really? We just intercepted their messages on Twitter. You mean you shot down their message, Raven? Right, we shot down their Raven. And the evil elf king is hidden the stick inside his desk at school. Of course. Kyle hid it in his desk. Citizens of Cooper Keep, we know where the elves are hiding the stick. I told you they were cheating. Now we shall march on the skew and make the hallways drip with elven blood. Huzzah! Sie werden leiden. Sie werden leiden. Ha, ha, ha. Defenders of freedom, I thank you for your courage and your audacities in joining our fight. Tonight, we are no longer the humans or the goths. Tonight, we unite as one! I feel like such a homo sapien right now. The humans are here! Oh, they blew their horn! Blow ours, Butters! Guys, flag left! Goth kids, prepare to attack from behind! Und so beginnt es. They've barricaded the entrance. The elves are up to their old Jew tricks again. Find another way in. Take out the barricade from behind! Du hast gerade neue Gegenstände bekommen. Drücke I. Greif die Schule an. Wir haben eine Freundschaft am... Erstmal Facebook. Ja, komm. Mit so einem Ziel nicht erfüllt, er schließt sich... Input! Input! Ich bin überfordert! Ich bin überfordert! Ah! Parkinson! Kann man schnelle Achtung spielen. So. Ähm. Wir haben eine Freundesaufrage von Cartman bekommen. Die hatten wir doch schon vorher. Dachte ich... Haben wir den jetzt mehrmals? Muss ich mal ganz kurz. Freunde. Hier. Cartman. Der alte Sch... Spinner. Hatten wir den nicht schon ganz am Anfang bekommen? Hm. Ich weiß nicht. Anscheinend nicht. Elgore. Na klasse. Ich dachte, den haben wir entfreundet. Hm. Na egal. Ähm. 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 Alter. Ich bin gar nicht mehr mitgekommen. Was haben wir jetzt alles? Heilige Lanze. Nach dem letzten Wort seinen Opfer benannt. 132 bis 184. Wir stürmen gleich die Schule. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Perfekte Angriffe treffen. Da zieht und ein Feind dahinter. Perfekte Angriffe. 20% Schaden. 10% Schaden pro Debuff bei mir. Hier. Wir bleiben aber wahrscheinlich trotzdem bei der Schweinebärmannklaue. Aber sowas von. Feuerschwert. Das hatten wir jetzt natürlich umsonst gekauft, ne? Na gut. Kampfbogen haben wir aber noch angelegt. Heiliger Fedora. Auszahlung nicht eingeschlossen. 15% Schaden beim Brennen. 2 MP, wenn ich Schaden erleide. Karnhelm legen wir wieder an. Heilige Robe. Gesegnete Robe. Für die Heilige Macht. Wir hatten doch die ganzen alten schwachen Sachen abgelegt zuhause in die Truhe. Hattest du das jetzt da rausgenommen? Weil das erneuert die immer ja. Die wir bekommen haben von früher. Soweit ich das jetzt mitbekommen hab. Würde mich interessieren ob die noch da drin sind oder nicht. So. Wir nehmen unsere alten Sachen wieder. Bart und so passt. Aber natürlich müssen wir hier Schläfen locken. Ui! Qualt! Yeah! Haben wir jetzt aber natürlich zweimal. Das ist ja eigentlich auch egal. Was hatten wir denn da angelegt? Ich glaube, Kriegsbemalung wäre natürlich perfekt. Das ist eine sehr epische Kriegsbemalung. Sehr furchteinflößend. Mensch. Was hast denn du als Primärfarbe? Oh Gott. Das war das Rote, ne? Aber wir sind dann Mongole. Schweinefleisch süß sauer. Und das ist ein bisschen lila. Ich hätte gerne einfach nur ein dunkelrot. Und sekundär. Blut. Und scheiße. Los, Butters. Ziehen wir in den Kampf. Gott sei Dank. Douchebag. Was machst du denn? Moment. Wir können jetzt nur zwischen Butters und Dinger. Okay. Gut. Wir flankieren unsere Gegner. Können wir jetzt einfach hier abhauen oder wie? Caution ahead. Ja. Ach komm. Wir haben noch Zeit. Ja, ja. Okay. Komm. Wir wollen mal nicht so assi sein. Alter. Ist es der Helm? Ach, es ist der Helm. Was zur Hölle. Nein, gut. Lassen wir den Nazi-Zombie da einfach kämpfen. Wir stürmen euch zur Hilfe. Goth Kids. Wir werden die Elfen niederstrecken. Wir werden es nicht auf... Oh, looten. nicht auf uns sitzen lassen, da sie den Stab der Wahrheit schon wieder geklaut haben. Dieses niederträchtige... Gesindel. Los, Butters. Hilf ihm. Steh auf, Kumpel. Hey, ich bin heilt. Except for on the inside. We locked it so nobody else could get in. Here. Sehr gut. Aha, jetzt versteh ich wie Jimmy dann seine... Ach, ich kann dann trotzdem hoch. Ach, ich dachte... Jimmy, äh, Behinderten, äh, oder Baden, äh, freie Schaltungen. Wenn wir dem helfen müssen, bei den Elfen, äh, müsste der dann hier da hoch, damit der das dann aufstieß. Und hier ist irgendwie, keine Ahnung, blockiert. Keine Ahnung. Vielleicht. Ich weiß es nicht. So sieht also eine Schlacht mit den Goth-Kids auf. Gut, sie haben anscheinend gut aufgeräumt. Aber keine Ahnung. Jungs, guckt mal da durchs Fenster. Die Leute prügeln sich immer noch. Ja, gut, wahrscheinlich habt ihr es euch... Wahrscheinlich habt ihr es... auch verdient. Ja, viel Spaß. Ja, hier war eine Schlacht. Jetzt können wir hier rein. Aber bevor wir das tun... Ihr kennt das Prozedere, ja? Die Elfen können warten. Sie werden sowieso jahrelang in der Hölle schmoren. Was macht die eine Minute dann noch aus? Human Power! Boah! Können wir... da vielleicht ein bisschen... Nein, okay. Los, Butters! Wir übernehmen die Flanke und stürmen sie von hinten! Das klingt etwas falsch. Da schicke ich keine dreckige Lache mal hinterher. So, Butters. Faculty only. Oh, wir sind sowas von faculty. Elfes. Ruhle not. Gehe zur Cafeteria. New kid, if you're in the building, you're fighting for a tyrant. But I know there's good in you. Stop fighting for your evil lord! Free yourself from his control! Ich werde niemals für einen Juden... kämpfen. Okay. Hm. Wollte eigentlich den Ofen aufmachen. Ups. Äh. Hm. Wir kommen mit denen an das schön Pokémon ran. Geld, Schulbuch, Filzstift. Und auch hier liegen die Elfen rum. Das ist ein Zeichen für ihre Schwäche. Sie sind ein minderwertiges Volk. Alter, ganz schön hart eigentlich. Cafeteria freich. Fischstäbchen. Und Tempotränke, die wir auch benutzen können. Und noch nie gemacht haben. Hm. Ähm. Hm. Wie komm ich... Ich wollte eigentlich irgendwie den Ofen sprengen oder so. Oh nein! Jemand hat Marmelade verschüttet. Das muss aber ein gewaltiges Toastbrot gewesen sein. Hm. Na gut. Dann kommen wir wohl später wieder. Hoffentlich. Jesus. Das ist ein Messer hier. Die Elfen sind verrückt. Alter, sind das... Zimmerpflanzen und alles? Neue Nachricht von Cartman. Der Chef... ...hat gepostet. Ich sitze auf der Toilette und mache einen riesigen Scheißhaufen, weil ich ein großer, dämlicher Fettausch... ...was? Fettausch bin. Stan und Kyle gefällt das. Lol. Such dir ein besseres Passwort für dein Konto, Fettausch. Fickt euch Leute! Ernsthaft! Geht zur Eingangshalle. Flankiert ihre Abwehr. Craig und Scott Malkinson gefällt das. Pho-que. Warum kann man in diesem Spiel keinen wirklich... Oh ho 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 ho... geht das Spiel eine Scheiße. Eh, ist voll... ...Es voll LW geworden. Volles Kinderspiel. Spiehl mal lieber COD. Hi! Hi! Halt! Fischstäbchen Gesundheitsrank Chefkochs Bratspieß Angriffe ignorieren Bis zu 60 Rüstung Chefkoch alter Postwachschlüssel Alter Chefkoch Ich würde den viel lieber persönlich treffen Oh man Ich vermisse den ein bisschen Gestreift aus Strohhalm Komm ich hier auch Irgendwie Oh ja Ich habe einen Heiler dabei Ich kann euch helfen Keine Sorge ich werde diese Schlacht gewinnen Beruhig dich Wir werden nicht sterben Die Elfen Allerdings schon Na Freunde Wann wart ihr das letzte Mal Im Freibad Aua Aua Verdammt Kann ich mich an denen vorbeischle- Ich will hier Wasser und dann Da Oder so Na gut Ihr habt also meine Freunde getötet Nun denn Sag goodbye Und deinen Mantel nehme ich auch mit Genau wie deine Seele Box abzeichnen 5 MP wenn ich einen Gegner töte Alter nicht schlecht Lups Elf Trash Ich werde brennen sterben Kann ich Hier äh Ah Alien Sonde Hallöchen Äh Wie komme ich jetzt hier runter So nicht Spring Geronimo Verdammt Nun denn Butters Wir werden nun einen anderen Weg finden Heilen wir erst einmal die Verletzten Indem wir sie beklauen Und befreien sie von ihrem Laster Das auf ihr liegt Das auf ihnen liegt Wir können nicht aufgeben Jeder waffenfähige Mann und Knabe Im Alter Bis äh Ab dem Alter von 12 Jahren Soll sich Zur Wehrfestung begeben Basketball Naja Abprallen trifft ein zufälliges Ziel Ist aber nur ein Angriff dann oder Also ein Angriff wollen dann eben einmal abprallen Zwei harte Treffer Trifft für zusätzlichen Schaden Stark gegen Rüstung Naja Naja Menü Was gibt's denn heute Chicken Nuggets Carrot Sticks With Ranch Hä wie mit dem Bauernhof Ein ganzer Bauernhof auf dem Teller Ja super Chocolate Chip Cookies Alter Bestes Mittagessen ever Und so sind wir auch hier Und überall haben die Elfen ihre dreckigen Spuren hinterlassen Und ihr Revier markiert Hm Wie komm ich denn Wie komm ich denn jetzt da hin Ich kann Nein nicht nach unten Und hier Kann ich auch nicht weiter Ich kann nicht nach oben Ich kann nicht nach unten Ist denn noch irgendwo eine Alien Sonde Nee Hä Bin ich zu blöd oder übersehe ich irgendwas Was Äh Mit Candy Komm ich da wahrscheinlich auch nicht weiter Da würde ja hier so ein Zeichen sein Dass sie ihre Dunkelbarriere irgendwie Ah Moment Ich glaube ich bin so blöd Oh Na Moment Äh So Na also Gehe zur Eingangshalle Na Mein Elfischer Freund Was sagst du jetzt Oder muss ich dir eher Sein elendes Maul stupfen Alter Ah Da hat er mal ein bisschen Rüstung Warne mal Und sag Tschüss zu deinem kleinen Freund Ja Dann würde ich mich an deiner Stelle Auch erstmal auf dem Boden kolommen Aua Sehr gut Butters So lobe ich mir das Nekromantenhandschuhe Aha Fünf Rüstungen Zwanzig Prozent Schaden Gegen Zombies Fünf Rüstungen Für Handschuhe Vielleicht Wie viel Rüstung Haben unsere Handschuhe denn gerade Dreißig Okay Wahrscheinlich eher nicht Vielleicht werden wir irgendwann mal Gegen einen Boss Zombie oder so kämpfen müssen Aber nun werden wir erstmal Gegen jemand anderen kämpfen Hm Oh Hier waren wir auch schon lange nicht mehr Ich eile euch zur Hilfe Menschlein Kommandant Saftsack Wir sind hier immer noch ausgesperrt Ich autorisiere die Anwendung Tödlicher Gewalt Flankiert diese Barrikade Das werden wir tun My Lord Und ich weiß auch schon Genre Moment Ventilatur Da werden wir nicht weiterkommen Hey Ow Aber Wir werden so weiterkommen Oh Hop Eine Mausefalle Warte mal Können wir da Ich versuche accomplishment Ich versuche